Okay, das ist das Zimmer 3. Das geht hier zum Nachbarn raus. Ich gehe mal rein. Ist wieder wie das mit Gaseinzelöfen beheizt, wie das Zimmer 2 vorhin. Ich hatte vergessen, Ihnen diesen Gaseinzelöfen zu zeigen. Hier ist der Durchgang zum Zimmer 4. Da ist der Durchgang zum Zimmer 2. Und hier ist wieder der Durchgang zum Flur.